Rückrufstatistiken belegen es. Originalteile fallen immer häufiger frühzeitig aus. Das bedeutet meist kostspielige Reklamationen und unzufriedene Kunden. Die Kfz-Werkstätten müssen das ausbaden. So, wenn Sie mal schauen mögen, hier ist Ihr Querlenker. Der Querlenker hat hier vorne ein Kugelgelenk, welches stark ausgeschlagen ist. Und das verursacht diese Klappergeräusche. Aber gibt es denn nicht auch solche Teile, die länger halten? Die gibt es durchaus. Ein Fall für die Wulfgärtner Autoparts AG. Unsere Ingenieure analysieren Autoteile, die durch frühzeitigen Verschleiß auffallen. Daraufhin entwickeln sie neue, verbesserte Teile. Sogenannte Meile-HD-Teile. Der Kunststoffssitz bietet hier an der Stelle noch deutlich Optimierungspotenzial. Und gerade mit einem höherwertigeren Kunststoffssitz können wir hier den Verschleiß reduzieren im Gelenk. Die verbesserten und neu konstruierten Teile übertreffen die Originalteile in puncto Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dafür stehen wir mit unserer Marke Meile-HD. Der HD-Querlenker wird in unserem eigenen Fertigungswerk in Südosteuropa hergestellt. Stets unter Aufsicht des deutschen Entwicklungs- und Qualitätsteams. Eine Schmiedepresse mit 700 Tonnen Schliesskraft verarbeitet das im Ofen vorgeheizte Aluminium. Es entsteht das sogenannte Halbzeug. Bei der Herstellung der passenden Buchsen wird mit hohem Druck und bei hoher Temperatur das Gummi in die Formen gespritzt. Das Gummi geht eine Bindung mit dem Metall ein und erhält seine elastischen Eigenschaften. Im dritten Schritt auf dem Weg zum fertigen Querlenker werden an der Hightech-CNC-Maschine die Bohrungen für die Gummibuchsen und das Kugelgelenk gefräst. Das geschieht in höchster Präzision, sodass die spätere Montage aller Komponenten sichergestellt ist. Bei jedem Arbeitsschritt werden die Bauteile überprüft. Durch die einwandfreie Bohrung der Fräsmaschine lässt sich die fertige Gummibuchse perfekt positionieren und einpressen. Im letzten Fertigungsschritt wird das Kugelgelenk im Querlenker verbaut und verbördelt. Außerdem wird die Gummimanschette montiert und mit Klemmringen fixiert. Der komplette Querlenker wird anschließend einem umfangreichen Prüfverfahren unterzogen. Die mehrstufigen Qualitätsprüfungen beginnen bereits im Herstellungsprozess und enden mit aufwändigen Testverfahren am fertigen Bauteil. Querlenker müssen im Auto hohen Belastungen standhalten. Der Kugelbolzen muss dabei immer fest sitzen. An der Zug- und Druckmaschine wird geprüft, ob der Querlenker den vorher festgelegten Belastungswerten standhält. Mit dem Laserscanner wird die Einhaltung der Masse auf einhundertstel Millimeter genau untersucht. Ein dreidimensionales Abbild ermöglicht den Vergleich mit dem ersten Modell der Entwickler. Abweichungen werden sofort sichtbar. Abschließend wird die Lebensdauer des Kugelgelenks in mehrere Tage dauernden Funktionstests überprüft. Das Ergebnis? Ein stark verbessertes HD-Teil, das länger hält und nicht so schnell verschleisst. Wir sind kundennah, kompetent, schnell und modern. Darauf ist unser gesamtes Unternehmen ausgerichtet. Im Hauptsitz Hamburg wie in 120 Ländern auf der ganzen Welt. Mit 17.000 Quadratmetern Fläche und 29.500 Palettenplätzen steht unser modernes Lager in Hamburg für schnellen und zuverlässigen Lieferservice. Zur Freude von Werkstätten und Autofahrern, die sich über ein schnell repariertes Auto freuen können. Geschäftsbeziehungen beruhen auf Gegenseitigkeit und sind keine Einbahnstraße. Das steht im Mittelpunkt des Servicegedankens der Wulff Gärtner Autoparts AG.